Deine Content-Strategie sollte immer auf mehreren Säulen stehen. Eine davon sollte Pressearbeit sein. Pressearbeit, hey, in Zeiten von Social Media, ist das nicht total out? Richtig ist, die Kommunikationsbeziehungen zwischen Unternehmen, Kunden und Multiplikatoren haben sich radikal verändert. Der Kampf um Aufmerksamkeit in der digitalen Gesellschaft ist härter denn je. Nee, traditionelle Unternehmenskommunikation funktioniert nicht mehr wie gewünscht. Der Verbraucher hat viel mehr Möglichkeiten zu entscheiden, welche Informationen er ignoriert und welche nicht. Informationen sind unbegrenzt verfügbar und bis zur Kaufentscheidung haben Kunden in der Regel schon einen sehr langen Weg im Netz zurückgelegt. Aber Public Relations ist ein wichtiges Instrument, um Kunden innerhalb seiner Buyer's Journey mit qualifizierten, Betonung liegt auf qualifizierten Informationen über das eigene Unternehmen, Produkt oder Dienstleistung zu erreichen. Pressearbeit ist Teil der PR, auch Öffentlichkeitsarbeit genannt. Durch strategische Pressearbeit kannst du die Beziehungen deines Unternehmens mit den für dich wichtigen Zielmedien gestalten und steuern. Social Media ist wichtig, kann aber die Pressearbeit und insbesondere die Fachpressearbeit nicht ersetzen. Oder hast du schon mal einen Fachpressebeitrag mit 9000 Zeichen irgendwo als kompletten Posten sehen? Und wenn du ihn gesehen hast, hättest du ihn wahrscheinlich nie gelesen. Aber Social Media ist wichtig, um deine Abdrücke in der Presse und in der Fachpresse in ihrer Wirkung noch zu verstärken. Denn was kann Pressearbeit? Pressearbeit kann deine Bekanntheit steigern. Sie kann Glaubwürdigkeit in deiner Branche aufbauen. Du kannst damit eine positive Online-Reputation aufbauen, was besonders wichtig ist, wenn es mal zu einem Shitstorm kommt. Du positionierst dich langfristig am Markt und du baust einen Expertenstatus innerhalb der Medien, in deinen Zielbranchen und gegenüber Mitbewerbern auf. Und wusstest du, dass deine Wunschkunden in der Decision-Phase besonderen Wert darauf legen, redaktionell unabhängige, objektive Veröffentlichungen über Produkte und Services zu lesen, um sich dann für das eine oder für das andere Unternehmen zu entscheiden. Was du bei Pressearbeit grundsätzlich zu beachten hast, darüber sprechen wir im nächsten Video.